Willkommen zu meinem Podcast. Hier spricht Jane Ulich und heute geht es um das Thema, warum es so wichtig ist, sich selbst zu erlauben, Ja zu sagen. Das Sagen von Ja kann einen ganz bedeutenden Einfluss auf unser Leben haben, denn wir müssen nicht immer lernen, Nein zu sagen, denn das kann auch fatale Folgen haben, die dein Glück verhindern können. Oftmals sind wir uns nicht bewusst, wie mächtig dieses kleine Wort Ja sein kann. Es ermöglicht uns nämlich, neue Möglichkeiten zu entdecken und uns persönlich weiterzuentwickeln. Indem wir Ja sagen, öffnen wir uns für Veränderungen und neue Chancen, die das Leben für uns bereithält. Aber es erfordert auch Mut und den Willen, aus unserer Komfortzone herauszutreten und neue Erfahrungen zu machen, denn nur so können wir wahres Glück finden und unser volles Potenzial ausschöpfen. Nämlich indem wir Ja sagen, bauen wir Selbstvertrauen auf und überwinden unsere Ängste. Wir stärken unsere Beziehungen durch Offenheit und vor allem auch durch Zustimmung und schaffen eine positive Atmosphäre in unserem Umfeld. Es geht also darum, sich selbst die Erlaubnis zum Glücklichsein zu geben und sich selbst anzunehmen. Denn wenn wir Herausforderungen annehmen und daran wachsen, erreichen wir persönliches Wachstum auf einem ganz neuen Level. Also sei mutig, sag Ja zum Glück! Ja, kommen wir zum Thema Kraft des positiven Denkens und warum ein einfaches Ja dein Leben verändern kann. Das Sagen von Ja hat so eine richtige transformative bzw. erneuernde Wirkung auf unser Leben. Es ermöglicht uns, neue Möglichkeiten zu entdecken und unser volles Potenzial auszuschöpfen. Das Wort Ja mag vielleicht klein erscheinen, aber seine Auswirkungen sind sehr groß. Indem wir nämlich aktiv zustimmen und offen für neue Erfahrungen sind, öffnen wir die Tür zu Wachstum und Veränderung. Ein einfaches Ja zeigt nämlich Mut und dem Willen, sich auf das Unbekannte einzulassen. Es ermutigt uns dazu, aus unserer Komfortzone herauszutreten und neue Herausforderungen anzunehmen. Die Kraft des positiven Denkens liegt nämlich darin, dass es unsere Perspektive auf das Leben verändert. Anstatt Fehler oder Hindernisse zu sehen, fokussieren wir uns auf Lösungen und Chancen. Wir erkennen, dass jeder Fehler eine Lektion ist und dass jede Frage eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung bietet. Also positive Gedanken geben uns die Energie und Motivation, nach vorne zu schauen und unsere Ziele zu erreichen, indem wir öfter Ja sagen. Bauen wir nämlich wirklich auch ein großes Selbstvertrauen auf, nicht nur zu uns, sondern auch zu anderen Menschen. Und vor allem überwinden wir auch Ängste und Grenzen, indem wir uns erlauben, Neues auszuprobieren und an unsere Fähigkeiten zu glauben. Also das Sagen von Ja stärkt auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, da Offenheit und Zustimmung die Basis für Vertrauen und Verbundenheit bilden. Vor allem in einer Welt, die sich ständig verändert, ist es immer wieder wichtig, dass wir uns selbst erlauben, glücklich zu sein. Und das Sagen von Ja bedeutet, Veränderungen anzunehmen und neue Wege zu gehen. Also es ermöglicht uns auf jeden Fall ein großes persönliches Wachstum und unterstützt uns dabei, unser volles Potenzial auszuschöpfen. In unserem Leben begegnen wir immer wieder neuen Möglichkeiten und Herausforderungen, die uns dazu einladen, mutig zu sein und Chancen zu ergreifen. Und oftmals zögern wir jedoch und sind vielleicht unsicher, ob wir den Schritt wagen sollen oder nicht. Doch warum sollten wir uns selbst ermutigen, öfter Ja zu sagen? Hm, die Antwort liegt darin, dass das Sagen von Ja eine enorme positive Kraft in sich trägt, indem wir uns selbst erlauben, Ja zu sagen. Öffnen wir uns immer wieder für neue Erfahrungen und geben uns die Möglichkeit zum Wachstum. Es ist wichtig zu erkennen, dass das Glück außerhalb unserer Komfortzone liegt. Denn wenn wir den Mut haben, Ja zu neuen Erfahrungen zu sagen, treten wir aus unserer gewohnten Routine heraus und entdecken neue Facetten des Lebens. Denn das Sagen von Ja hilft uns auch dabei, unser Selbstvertrauen aufzubauen und unsere Ängste zu überwinden. Indem wir Grenzen überschreiten und neue Herausforderungen annehmen, wachsen wir als Personen und erreichen persönliches Wachstum. Darüber hinaus stärken wir unsere Offenheit und Zustimmung in zwischenmenschliche Beziehungen und pflegen auch diese Verbindungen ganz wichtig. Da also das Zulassen von Veränderung ermöglicht es uns auch, unser volles Potenzial auszuschöpfen und neue Möglichkeiten zu entdecken. Bei all dem ist es jedoch wichtig, sich selbst fürsorglich zu behandeln und sich selbst die Erlaubnis zum Glücklichsein zu geben. Das Glück liegt außerhalb der Komfortzone. Und deshalb solltest du dich immer wieder trauen, Ja zu neuen Erfahrungen zu sagen. Es gibt einen Grund, warum das Sprichwort, das Glück, liegt außerhalb der Komfortzone so oft wiederholt wird. Es ist wahr, wir alle haben eine natürliche Neigung, uns in unserer vertrauten Umgebung sicher und geborgen zu fühlen. Doch indem wir uns ständig in unserem gewohnten Alltagstrott bewegen, versäumen wir es möglicherweise, neue Erfahrungen zu machen und unser volles Potenzial auszuschöpfen. Es erfordert nämlich großen Mut, sich auf unbekanntes Torrent zu wagen und den Dingen ein Ja entgegenzubringen. Aber genau darin liegt die Magie des Lebens verborgen. In den neuen Begegnungen, den unerwarteten Chancen und den aufregenden Abenteuern, indem wir uns trauen, Ja zu neuen Erfahrungen zu sagen, öffnen wir die Tür für mehr Wachstum und persönliche Entwicklung. Wir erweitern unseren Horizont und entdecken neue Facetten unseres eigenen Selbst. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um kleine Schritte oder große Sprünge handelt. Jede neue Erfahrung zählt. Natürlich kann der Gedanke daran beängstigend sein. Fragen wie, was passiert, wenn ich scheitere oder keine Kraft zum Ja habe? Oder was werden die anderen über mich denken? Können unsere Entscheidungsfreude beeinträchtigen? Doch lassen Sie sich nicht von diesen Ängsten zurückhalten. Denn nur durch das Zulassen neuer Erfahrungen können wir lernen und wachsen. In einer Welt voller Möglichkeiten ist es nämlich wichtig, unsere Komfortzone hinter uns zu lassen und mutig nach vorne zu schreiten. Also sag Ja. Sag Ja den Herausforderungen des Lebens und all das, was das Leben für dich bereit hält. Denn nur so kann man wirklich erfahren, wie viel Glück und Erfüllung außerhalb der gewohnten Grenzen warten. Das Sagen von Ja kann dir also helfen, deine Ängste zu besiegen und vor allem Selbstvertrauen aufzubauen. Oftmals halten uns Grenzen und Zweifel davon ab, neue Erfahrungen zu machen und uns selbst weiterzuentwickeln. Doch indem wir uns ermutigen, Ja zu sagen, öffnen wir die Türen zu neuen Möglichkeiten und nehmen unser Leben selbst in die Hand. Denn Selbstvertrauen ist ein wichtiger Bestandteil des Glücks. Also wenn wir uns trauen, Ja zu sagen, signalisieren wir dem Universum und uns selbst, dass wir bereit sind, neue Herausforderungen anzunehmen und vor allem auch unseren Horizont zu erweitern. Also indem wir unsere Ängste überwinden und unsere Komfortzone verlassen, wachsen wir über uns hinaus. Und manchmal müssen wir auch lernen, Fehler zu akzeptieren, daraus zu lernen. Das Sagen von Ja bedeutet ja nicht immer, den perfekten Weg zu gehen oder alles richtig machen zu müssen. Es geht darum, sich selbst die Erlaubnis auch zum Versagen und zur Entwicklung zu geben. Denn nur durch Fehler können wir wachsen und besser werden. Es gibt viele Gründe, warum Menschen zögern oder Angst haben, Ja zu sagen. Die Angst vor Ablehnung oder das Gefühl der Unsicherheit können dabei eine große Rolle spielen. Aber es lohnt sich, diese Ängste anzugehen und mutig voranzustreiten. Denn nur so können wir unser volles Potenzial entfalten und glücklich sein. Also trau dich, sag Ja zum Glück, sei mutig genug, deine Ängste hinter dir zu lassen und dich neuen Erfahrungen hinzugeben. Du wirst sehen, wie sich dein Leben verändert und wie du daran wächst. In zwischenmenschlichen Beziehungen spielt Offenheit und Zustimmung eine entscheidende Rolle. Und oft vergessen wir, wie mächtig das einfache Wort Ja sein kann. Indem wir uns aber erlauben, Ja zu sagen, öffnen wir uns für neue Möglichkeiten und stärken unsere Beziehungen. Wenn wir unseren Liebsten gegenüber Offenheit und Zustimmung zeigen, schaffen wir eine Atmosphäre des Vertrauens und der Verbundenheit. Das Sagen von Ja signalisiert nämlich die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zum Miteinander. Es zeigt unseren Mitmenschen, dass ihre Meinungen und Ideen wichtig sind und ernst genommen werden. Indem wir uns selbst ermutigen, öfter Ja zu sagen, können wir unser eigenes Leben also auch positiv verändern. Oft haben wir Angst vor dem Unbekannten oder davor, Fehler zu machen. Doch wenn wir mutig sind und Chancen ergreifen, öffnen sich neue Türen für uns. Das Glück liegt also außerhalb unserer Komfortzone und nur da können wir wachsen und uns weiterentwickeln. Das Sagen von Ja hilft nämlich dabei, unsere Ängste zu besiegen und unser Selbstvertrauen immer wieder auch aufzubauen. Die Welt um uns herum entwickelt sich ständig weiter und indem wir offen für Veränderungen sind, können wir neue Wege erkunden und unentdeckte Chancen ergreifen. Das Zulassen von Veränderung erfordert Mut und die Bereitschaft, nämlich immer wieder aus dieser Komfortzone herauszutreten. Es bedeutet, alte Gewohnheiten loszulassen und sich auf das Unbekannte einzulassen. Doch gerade in diesen Momenten des Wandels liegt oft unser größtes Potenzial verborgen, indem wir Ja zu neuen Erfahrungen sagen, öffnen wir uns nämlich für wertvolle Lektionen und Erkenntnisse. Wir lernen nicht nur Neues dazu, sondern erweitern unseren Horizont und gewinnen am Selbstvertrauen. Also wichtig, das Sagen von Ja ermöglicht es uns, unsere Beziehungen zu stärken. Denn wenn wir offen für die Ideen anderer sind und ihnen zustimmen können, schaffen wir es, ein Klima der Offenheit und des gegenseitigen Respekts zu schaffen. Die Bedeutung der Selbstfürsorge und Akzeptanz beim Ja sagen spielt eine wichtige Rolle. Aber warum ist es so wichtig, sich selbst die Erlaubnis zum Glücklichsein zu geben? Denke mal darüber nach. Auf jeden Fall dürfen wir dabei nicht vergessen, dass unsere eigene Selbstfürsorge und Akzeptanz eine entscheidende Rolle spielen. Oftmals fällt es uns schwer, uns selbst die Erlaubnis zum Glücklichsein zu geben in dieser hektischen Welt, weil wir manchmal gar nicht genau wissen bei diesen vielen Informationen, wie wir handeln und wie wir uns auch blockieren zum Glücklichsein. Auf jeden Fall hast du das Recht, Ja zu sagen, nicht nur gegenüber anderen Menschen oder neuen Erfahrungen, sondern vor allem gegenüber dir selbst. Noch ein letzter Aspekt, den ich betrachten möchte, nämlich was kann man sagen statt Ja. Es gibt viele Dinge, die anstelle von Ja gesagt werden können. Man kann zum Beispiel natürlich auch Nein sagen, um eine Ablehnung oder eine Verweigerung auszudrücken. Oder man kann vielleicht sagen, damit lässt man eine gewisse Unsicherheit oder Unentschlossenheit vor allem auch erkennen. Und wenn man sagt, ich weiß nicht, zeigt man seine Unwissenheit oder Unsicherheit zu einem bestimmten Thema. Manchmal sagt man auch einfach gar nichts und schweigt, um seine Ablehnung oder Desinteresse zu signalisieren. Es gibt jedoch auch andere Möglichkeiten, anstelle von Ja, eine positive Antwort zu geben. Man kann zum Beispiel sagen, natürlich, um seine Zustimmung und Begeisterung auszudrücken. Mit Gerne zeigt man seine Bereitschaft und Freude, etwas zu tun. Wenn man sagt, auf jeden Fall betont man seine Entschlossenheit und Sicherheit in der Antwort und manchmal verwendet man auch alternative Ausdrücke wie Selbstverständlich, um auszudrücken, dass die positive Antwort erwartet wird oder dass es keine andere Option gibt. Oder mit Natürlich doch verdeutlicht man seine Zustimmung und Unterstützung für etwas. In bestimmten Situationen kann es auch angemessen sein, auf die Frage mit einer Erklärung zu antworten, anstatt einfach nur Ja zu sagen. Indem man seine Gründe oder Meinungen erklärt, kann man die positive Antwort besser verstehen lassen und möglicherweise Missverständnisse vermeiden. Also, es gibt verschiedene Varianten. So, das war's für heute. Hör dir diesen Podcast immer mal wieder an, damit dieses Ja zum Glück in dich auch richtig schön eindringen kann. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Genieße die nächsten Stunden und sage und denke immer daran, Ja zum Glück steige aus deiner Komfortzone aus. Das war's, deine Jane. Das war's, deine Jane.